herzlich willkommen zu einem neuen video skywars heute einmal oh nein ich bin ziti da wird wahrscheinlich denke ich mal hoffentlich ganz okay sein ich nehme jetzt hier noch ja komm das kann ich dann lassen eigentlich brauche ich das ja sowieso nicht hat das spiel verlassen hat das spiel verlassen junge hat ihr mich gehört selbst dann hätte ich nicht das spiel verlassen ganz ehrlich ich denke mal wir können 10 tipps machen ich habe nur kein feuer zu haben als ob sie so viel geliebt sind ach so hey war ich schlecht auch war ich schlecht junge 3 leute hey wie schlecht war ich denn da bitte ich wollte einfach was mit mlg machen hey zweite runde leute und neues glück vor allem mit der truhe ja das geht aber für das mlg ist das eigentlich ganz gut wir haben beispielsweise gute rüstungen was man nicht immer hat zack und zack da du bist das war und das ich habe damit sie nicht john Junge, alter! Mann, wie blöd! Achso, ich wurde jetzt trotzdem von mir getötet. Okay, jetzt gehen wir mal zurück. Für einen ganz leisen Unity. Und wir gehen jetzt noch ganz oben. Es liegen nur noch 10 Spieler. Loll! Und jetzt gehen wir zum den da rüber. Schaut, dass wir können in der Folge gehen. Ja, was hab ich da jetzt gemacht? Wollt schon schon nicht. Ach, den schon schaue ich easy. Aber den immer schon nicht. Den schaue ich jetzt aber. Ich hab beides nicht geschafft. Wer wisst, was das heißt. Der Typ sagt, er wird mich jetzt töten. Ich hab fast gar keinen legen. Ich muss gehen. Ich hab keine Eier. Ich hab keine Eier. Oh, nice. Ich hab keine Eier. So, jetzt brauchst du die ich mal eine. Da hat's. Da hat's. es ist es ist man steht Ja, get rekt. Ja, okay, das heißt, das ist schon so. Geh ich mal kurz runter. Oh, der hatte gar nicht so gute Sachen, wie alle Leute immer denken. Junge. Oh, der hatte aber ein bisschen Schwert. Hilfe. Aber warte, Lava einmal nicht benutzt, das ist die Frage. Ist da noch irgendwas? Nein? Okay. Ich glaube, ich kann gehen. Da war echt ziemlich ausreichend. Noch ein Team. Gute Sachen. Was sind die? Ah, stimmt. Eigentlich wollte ich dann. Die werde ich noch brauchen. Oh, da oben war jemand. Ein Horizontfeld ist doch riesig. Was ist da nicht runter? Warte, das müsste ich schaffen. Ja, Mann! Ja, genug Blöcke habe ich noch. Bitte. Mann, no! Nicht mehr, ne? Aber Bricks habe ich mehr. Schreibtisch. Jetzt bräuchte ich die. Jetzt bräuchte ich die. Warte, ich kann mich da hochwerfen. Das könnte ich so, was ich hier gemacht habe. Wachen würde. Wichtiges Auslauf bin ich. Das ist einfach kein anderer mehr. Okay. Ja, da kann ich ja rausgehen. Das war irgendwie nur ein bisschen lustig in der Runde. Ach ja, ich bin übrigens gerade auf den zweiten Konten. Und wenn euch die Runde gefallen hat, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Und dann, ciao!